0.5.4 Ja, wir sind gerade wieder neu gelandet und ja, leider ist der Spielstand weg. So, müssen wir neue Version neu starten. Sieht ein bisschen schick aus. Den Seed habe ich genauso genommen wie den letzten, allerdings sieht es hier anders aus. Okay. Da unten ist Wasser. Und hier drüben ist noch mehr Wasser. Und schöne Bilder sind das, muss man sagen. Gehen wir mal runter. Und dann müsste tief genug sein. Jo, und wir können reinspringen. Jetzt sind wir unter Wasser. Ich weiß gar nicht, ob das in der letzten 0.5.1 da auch ging. Schöne Effekte auf der Helmscheibe. Und gehen wir hoch. Und dann müssen wir neu anfangen. Das da drüben sieht sehr interessant aus. Gehen wir mal hin. Das schwebt wohl. Oh, hier haben wir einen kleinen Fehler. Das ist nur am Ende der Kante, ne? Vielleicht ist es nicht ganz so schlimm. Und da oben, das schwebt. So wie eine Höhle, ne? Aber was ist es? Ja, verbunden ist es wohl nicht, ne? Eine rauhe Welt. Gehen wir mal hier hin. Da sieht man es. Es ist nicht verbunden. Ob das jetzt so gewollt ist, ist ja die Frage, ne? Also es ist ja so ähnlich wie eine Höhle hier, oder? Sieht gut aus. Können wir da mal rüber gehen. Sieht hier steil aus. Aber geht. Ah ja, wir haben ja unseren Jetpack dabei gehabt. Okay, gehen wir mal rüber. Ein Baum in einem... Ja, Delta. Ne, Delta, Quatsch. Trichter. Und fliegen wir hoch. Oh. Sind wir jetzt durch... Ne, das ist ein Loch. Und da kommen wir aber wieder raus. Gut. Das ist ein... Ein ganz normales Loch, oder? Ja. Gut. Gucken wir mal. Wo kommt das her? Ist das irgendwo komplett schwebend oder nur an einer Stelle? Okay, da ist wieder der Fehler. Aber ein Fehler ist es vielleicht auch nicht, ne? Da ist die Engine. Es regnet. Wir sind hier drunter weggegangen. Jetzt gehe ich ein Stück vor. Da hört es auf. Und jetzt hier regnet es. Okay. Ja, da ist ein Baum. Ja, schön, ne? Aber keine Wurzeln dran, ne? Jetzt hängen wir fest. Gehen wir weiter runter. Ja, und dieses ist da festgemacht, sozusagen, ne? Naja, denken wir mal... Wir sind hier auf einem Planeten und nicht unbedingt die Erde, ne? Könnte irgendwie eine andere Welt sein, die vielleicht solche Konstruktionen zulässt. Ja, wir müssen jetzt wieder was bauen in der Nähe unserer Kapsel hier. Rettungskapsel. Hier sieht es eigentlich ganz gut aus, ne? Ja, müssen wir hier machen. So, dann gucken wir mal B und das Neue, oder? Notfall-3D-Drucker. Normalen habe ich jetzt nicht gesehen. Was ist das hier für ein Problem? Ist ja noch nicht rot, ne? So, dann müssen wir den erstmal machen. Dann ziehen wir den da unten auf die 1. Raust aus dem Menü. Und dann können wir das hier bauen eigentlich. Aber wir brauchen zwei Eisen dafür. Falsche Taste. Tab müssen wir drücken, dann kommen wir wieder hin. Gut, dann müssen wir erst was bauen. Holen wir die. Okay, da vorne war eben was. Dieser schicke Stein da, ne? Das sind auf jeden Fall Ressourcen. Schöner Stein. Ja, neue Effekte, oder? Schon überheizt. Der Nebel, dieser, dieser Staub. Schon interessant. No Iron. Eisen Iron. Gut, was ist da? Ist da was drin, ne? Sieht so aus, ne? Geht das? Ja, da kriegen wir was raus. Im alten Spielstand war das ja nicht immer so, ne? Ich weiß nicht, ob das berufen ist, oder ob das so sein sollte. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, der überhetzt immer. Unser Multi-Werkzeug. Das rechnet wieder. Können alles aufnehmen. Letzten Stücke jetzt hier noch. Das weg. Ah, okay. Was ist das denn? Wohl nix. Das ist nichts. Jetzt haben wir ein Loch. Links klicken, bauen wir ja ab. Was ist mit dem Rechtsklick gebürsenes Loch jetzt da? Rechtsklick kann man... Ne, kann man nicht. Da baut man auch ab. Okay, dann ist schade. Jetzt können wir hier den 3D-Drucker machen. Da ist immer die Anzeige blöd, dass man die nicht so hat mit jetzt von 1 bis 0, sondern... So, dann erstmal in den Baumodus einmal gehen. So, da können wir es bauen. Tab drücken und dann unser Werkzeug. Wollte ich machen. Jetzt wieder... Öffnen. Und da können wir so ein paar Sachen machen. Erstmal... Jetzt können wir die Plattform machen. Das brauchen wir, kann man hier nicht sehen. Schade, ne? Oder? Ja, dann gehen wir erstmal raus. Und... C... Was ist denn jetzt? C... Electricity... Disconnect Electricity... Okay, dann haben wir schon Strom. Da drauf. Und... Ja. Dann gehen wir wieder raus. Na, das war die falsche Taste. Tab wieder. Und dann B... Die haben wir. Da müssen wir als nächstes die Plattform machen, ne? Machen wir hier so hin. Und dafür brauchen wir... Die... Ja... Basisrahmen. So. Und dann müssen wir die Rahmen bauen. Mit E... Da. Fünf Sekunden dauert einer. Wie brauchen wir denn noch? Zwei... Drei... Vielleicht vier. Müssen wir mal gucken. Nehmen wir vier. Können wir das da sehen? Nehmen wir die erstmal. Und wieder raus. Und dann... Nochmal. Ne, das war verkehrt. Aber wir müssen immer das da umschalten. Das ist das Problem, ey. Und dann bauen wir die da hin, die Plattform. Da so hin. Drei Stück braucht man. Und jetzt brauchen wir noch drei Platten. MK1, drei davon. Zwei, drei. Dann machen wir die. Und Sekunden dauern die auch. Und wie sieht das hier aus? Das wird langsam weniger. Müssen wir aufpassen. Und jetzt nehmen wir die Platten raus. Und dann können wir das fertig bauen. Okay, sieht gut aus. Ach so, der war wieder über jetzt. Weiter geht's. Und jetzt können wir das nächste Teil machen. Die Kompakt-Fed-Maschine. Dann diesen Beleuchtungspunkt. So, den können wir dann da hinstellen. Zack, kann man die vier, den... Den machen wir da hin, oder? Ja. So, haben wir ein bisschen Licht dann, wenn er gebaut ist. Dann brauchen wir Platten und elektronische Teile. Und hier elektronische Kompositteile. Und auch die Platten. 3, 2, 2. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir sie fertig kriegen. So. Da brauchen wir drei von. Und geht nicht. Da fehlt das Eisen. Und elektronische Teile. Da brauchen wir zwei. Die können wir machen. Und das dritte war... Ach ja, die Kompositte. Da brauchen wir auch zwei von. Da fehlen auch die Teile. Ah, Biomasse brauchen wir da. Gut, dann brauchen wir Ressourcen halt. Inventar. Da müssen wir mal gucken hier. Stamina. Okay. Essen, trinken. Temperature Shield. Das ist unsere... Sag schon, Immunität war es unter und das ober war Isolation. Okay. Ja, das letzte weiß ich jetzt gerade nicht, was es ist. Ich denke, wir schlafen mal gerade eine Runde. Was müssen wir denn jetzt machen? Steht nirgends wo was. Ich gehe mal von der Leertaste aus. War das, ne? Gut, machen wir. So, jetzt mal 100%. Okay. Jetzt haben wir Hunger gleich. Okay, das gehört hier nicht auf. Das macht man dann nochmal. Gehen wir raus. Und dann müssen wir hier was zu uns nehmen. Das ist Essen und macht, ja, Gesundheit oder was. Nehmen wir einmal und das sind dann 20. Das ist Trinken. Das ist eine Batterie und das Bandagen. Ja, dann nehmen wir den zweiten auch noch. Ja, das ist jetzt... Ja, nehmen wir. 40 Punkte fast, um dann weiterzubauen. So, jetzt können wir hier die Ressourcen abbauen. Was ist dahinter? Nicht, dass wir uns Wasser reinholen? Nein. Okay, dann bauen wir ab. Ja, oben rechts sehen wir, was da rauskommt. Das Werkzeug ist immer schnell überhitzt, ne? Da müssen wir mal gucken, dass wir das dann auch austauschen. Und jetzt haben wir links noch was. Müssen wir noch was trinken. So, jetzt ist es wieder besser. Bauen wir weiter ab. Jo. Okay. Gehen wir mal zu unserer Plattform, aber das ist hier die falsche Seite. Da drüben ist es. Da sind wir da rum. Fliegen wir mal drüber. Und dann können wir da gleich weitermachen, wenn wir die Teile haben. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge dann wieder mit dabei seid. Hoffen wir, dass keine neue Version rauskommt in der Zeit. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.